Atme ein und hebe die Arme seitlich nach oben. Atme aus, Hände vors Herz. Atme ein, Hände nach oben. Atme aus, Hände vors Herz. Wiederhole. Atme ein, Hände nach oben. Atme aus, Hände vors Herz. Atme ein und atme aus. Strecke dich zur Seite. Spüre die Dehnung in der Flanke. Atme ein und aus. Wechsel die Seite. Spüre auch hier wieder die Dehnung in deiner Flanke. Atme ein und aus. Nun beginne deine Schultern sanft und locker zu vertieren. Atme wieder ein, hebe dafür die Arme. Atme aus, Hände vors Herz. Lege nun deine Hände auf Brust und Bauch. Spüre, spüre jeden Atemzug, den du tust. Spüre, wie sich mit jedem Atemzug dein Körper auf- und abbewegt. Genieße jeden Atemzug, der dich Stück für Stück beruhigt. Löse sanft auf und atme wieder ein, hebe dafür die Arme nach oben. Atme aus, Hände vors Herz. Hände, rotieren einmal. Rotieren ein weiteres Mal bei der Ein- und Ausatmung. Wiederhole. Nun lege die Hände auf deine Knie ab. Konzentriere dich vollständig auf dein Ein- und Ausatmen. Atme über Brust, Bauch ein. Konzentriere dich auf deine tiefe Bauchatmung. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Wie gleichmäßig dein Atem kommt. Atme die frische Luft der Natur ein. Lege auch gern nochmal deine Hände auf deinen Bauch, um noch etwas mehr zu spüren. Atme die frische Luft der Natur. Lege deine Arme wieder locker auf den Knien ab. Atme weiter, ganz natürlich. Lass den Atem fließen. Nun mach dich bereit für Shavasana. Komme dafür zum Liegen. Füße und Beine sind etwa hüftweit geöffnet. Atme auch wieder hier ein und aus. Lasse dich richtig fallen. Entspanne jeden einzelnen Muskel. Du bist entspannt. Komm jetzt wieder langsam hier und jetzt an. Reck und strecke dich. Und wenn du so weit bist, kommst du nach oben. Komm mit einem Schwung zum Sitzen. Lege deinen Kopf auf die Knie ab und rolle langsam auf. Atme nochmal tief ein und aus. Das nächste wins. Vielen Dank.